Hallo meine kleinen Privatjets, na? Seid ihr alle richtig schnell unterwegs? Schreibt's doch mal gerne in die Kommentare und findet euren sehr schnellen Partner. Wir sind jetzt ganz schnell bei dieser wundervollen Runde Papi. Viel Spaß! Ja, und hört mal auf, hier die Umwelt zu verpesten! Was soll der Scheiß? Hört mal zu! Brudel, komm mal zu uns lieber. Wir sind nämlich links rum. Ja, ich geh auf deinen Mark. Na, komm doch einfach rechts, ich kaul es doch grad. Hör doch auf, da sind vier Leute auf dich. Ja, dann markier doch was anderes. Vodel kann nur irgendwo hin, wo ein Marker ist. Eieieieiei. Wir haben mit einem Kind diskutiert. Kommt von Magnet. Verzweifel ich hier gleich, ey. Eieieiei. Eieiei. Mit dir ist immer schön, muss ich sagen. Eieiei. Und wem jetzt? Oh, Upsi. Fettfänger. Ich weine gleich. Nicht weinen. Ich weine gleich, wirklich. Darfst du ruhig. Haben wir schon gewonnen? Ja. Ja. Du bist ein Allgemeingewinner. Ich bin Allgemeingewinner, ja. Hier ist ein SKS. Oh, die schießen schon auf mich. Das heißt, ich sterbe, wenn ich jetzt hier rüber laufe. Ich brauche noch einen Sumi-Zoom. Ich auch. Kann wahrscheinlich über meine Seite pushen. Ja, dann kann uns ja nichts passieren. Also, mach. Guck mal, wer Fettfingert die ganze Zeit? Hallo. Tschuldigung. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Für den Privatschat. Für den Privatschat. Für den Privatschat. Und nochmal Privatschat. Ja. Okay. Oh oh. Wer ist tot? Oh nein. Ich bin tot. Oh oh. Du bist auch wieder da, so weit weg jetzt hier. Ach, da hinten. Nein. Wenn, dann musst du hinten komplett rumlaufen. Ich schaff das so. Ich lauf hinten rum. Und am besten trägst du nicht weg. Zu deiner Seite, weißt du? Ich schaff das so Sekunden später. Ich lauf hinten rum. Das ist großartig. Das gehört aus. Ich meine Fischi. Sehr schön. Nein. Wo sind denn die? Auf dem Berg? Oder? Nein, nein. Einer ist hier unten. An der Mauer. Ja. Willst du ein großes Medikit? So Lux. Warte. Bei uns ist jemand schon. Jetzt gerade nicht. Warte. 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 Wo hast du geschossen? Einfach so in die Smoke. Achso. Na klar. Versuch mal ganz rechts außen. Oh. Franzi schießt du? Was sie machen? Nein, nein, nein. Die schießen irgendwo. Die schießen. Das heißt, die schießen schon bei Franzi in der Nähe. Ja, die sind hier irgendwo. Also einer war vorhin hier. Auf meinem Markt sitzt einer. Auf meinem Markt sitzt einer. Weiter links auch irgendwo aus der Halle, glaube ich. Ja. Halle blau. So Lux, hast du SR oder sowas? Ja, ich habe nur eine SR gerade. Ja, wolltest du das anfangen? Ja, der ist hier außen an der Wall. Ich habe hier noch einen 8V. Willst du das haben? Ja. Und da, hinter dir, liegt es. Der Typ ist super strange. Pass auf. Oh, einer nadet mich hier. Bin schon bei dir. Der weiß schon wieder. Oh, einer pusht mich. Kannst du jetzt zurück ein bisschen? Ist einer schon close? Weiß ich nicht. Kann ich verlieben? Wo bist du denn? Der hat Hits gekriegt. Der hat uns abgeholt. Er zieht nur eine Halle zurück. Der hat einen dead, tot, down meine ich. Genau, ich bin stark. Ich bin schon auf dem Weg. Ich auch. Der hat Body Shot. Wenn wir den holen, dann haben die ein Problem. Ist hier auf grün. Live Mark. Ist an mir. Wird mich finishen. Hand weg. Achso, du bist sehr offen nach links, Franzi. Mhm, weiß ich. Die werden das kommen. Vor mir direkt. Ja. Den hast du noch? Ich hab den auf dem Berg. Einer ist da unten noch irgendwo. Ja. Dann. Zwei sind unten. Da müssten zwei Stück sein. Oh shit. Ja, die schießen beide auf dich. Der eine guckt links da durch den Schritt, der andere rechts an der Seite. Schatz. Warte den mal weiter auf. Ich mach auf. Schieß weiter einfach. Warte, ich hol kurz die MK. Knocked. Schön, da ist noch ein zweiter. Direkt neben dem. Nee, der ist nach hinten gelaufen, der zweite. Crouch walkend. Der kommt wieder zurück. Der ist hier an der Mauer. Am Ende. Schön. Fertig. Habt ihr beide? Ja. Moratti, wie heiße. Wie heißen die alle? Moratti. Wolle ich, ich lude erstmal. Kannst es dann wieder haben oder so. Der Rewakt ist hier und dauert eh noch ein bisschen. Wir haben nicht so viel Zeit, ne? Dauert eh noch ein bisschen. Zwei Minuten. Ja. In zwei Minuten würde ich wiederkommen. Genau. Warte unterwegs. Oh. Warte mal. Sag mal. Ich hab was gemacht, Mama. Sehr gut, mein Sohn. Nein. Ne? 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 Was wird das denn für ne schöne Endzone machen? Dankeschön. Was machen wir jetzt? Warte mal, machen Sachen. Auto suchen. Machen Sachen, Sachen machen. Ähm, ja Frudel hat schon... Ich hab Bock auf Milchreis. Die Zone. Oh, ich hab nur einen First Aid. Hm. Äh, Frudel hatte da oben noch 5. Scheiße. Ich wollte die erst mitnehmen, aber dann musste ich welche zurücklegen. Auto rechts von uns. Rechts von euch? Ja. Ja. Äh, Moped. Warum lecken die so komisch? Oh, ich hab einen. Einen war schön. Oh mein Gott. Sein Reifen ist kaputt. Schieß weiter. Oh, schade. Der hat aber auch nix mehr, ey. Oh, der sich verliert. Der sich verliert. Der sich verliert. Der sich verliert. Oh mein Gott, lol. Oh mein Gott, wie witzig. Krass. Haben wir schon ein Auto? Ja, links. Ich hätte ein Auto. Ich muss erst mal gucken, ob die Heal hatten. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Jawohl, ja. Die hatten Heal. Oh, ein Schally ist er für mich, geil. Eier. Sag mal. Was ist denn jetzt los? Dieser dreckige... Ich dachte, du weißt das. Was machst du da? Ich dachte, du schießt auf Franzi. Warum bist du auch wie so ein Beklopter da drauf zu? Ich dachte, du hast auf Franzi geschossen. Und dachte mir, was soll der kack jetzt, Alter? Also, ehrlich, Bro. Also, wirklich, Bro. Ehrlich, du musst, glaube ich, schlafen gehen. Also, ehrlich jetzt. Aber es schießt ja kein normaler Mensch einfach so auf diese Tankstellen-Scheiße. Normalerweise. Was geht da schon wieder los? Ich war grad im Flieger. Was passiert? Alter. Ich hab auf die Tankstellen-Sachen geschossen, als ich gerade drauf zugelaufen bin. Und dann ist es explodiert, als ich da war. Oh Gott. Alles gut. Explodiert, als er da war. Explodiert, als er da war. Bisschen lustig. Nee. Wurde schon wieder am Arsch der Welt. Ja, was soll ich denn machen? Wenn wir was denn machen, wie blieb der dich da so zufrieden? Ja. Weiß. Penner. Aber vielleicht wählt Chubat Shira schon eine etwas bessere Wahl. Als da am Arsch der Welt. Aber wir kommen zu deiner Rettung. Kann ich doch in Ruhe losen dann. Mal gucken. Hier ist doch Blut City für mich. Habt ihr genug Heilung, ihr Hübschen? Ich hab. Ich hab Heilung. Okay. Dann bin ich bewusst. Was? Ja. Oh leil. Oh leil. Ich hab mich aber energieren. Aber es geht aber nicht. Ja, 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 ja. Ist halt ne wilde Ebene hier. Ja, ja, ja. Ist halt ne wilde Ebene hier. Platz für eins hat. Klar, ich werf's dir das gleich über die halbe Map rüber. Warte ab. Gleich. Landet auf der anderen Seite und fragt dann nach nem Zoom, ey. Ist auf dem Weg. Ich sag's dir, der macht mich wahnsinnig heute, ne? Er meint das auch furztrocken ernster Typ. Ja. Der meint das ernst. Er denkt sich. Das macht ja Sinn. Ich weiß nicht was er denkt. Das ist doch sinnvoll. Ja, klar. Oh oh oh. Nimm doch die Straße. Oh, wir fahren voll mit drin. Mit, 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 mit. Krass. Ah, da war's doch rot grad. Was auf rot? Weiß ich nicht. Ne, 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 ne. Rechts von uns, rechts von uns irgendwas. Ja, der fährt nen Motor. Pass auf, pass links von Jörg. Nicht so frei stehen. Wir sind hier links von uns. Hör zu. Die, die werden uns von links jetzt hier. Ja. Pushen wollen. Oder die sind selber gepusht worden. Wie witzig ist das denn? Wie komme ich denn zu euch jetzt? Vielleicht kann man da was machen. Da rannte gerade einer gelb. Ja, 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 ja. Also der rannte auf uns zu so ein bisschen. Einer noch. Noch einer noch. Ich glaube, in dem Raum hier ist was. Ich mache eine Blue Zone. Hier oben war noch einer. Ein Team down. Ein Team down. Ich glaube, einer ist hier drin. Fischi. Meinst du? Oh, war der wegschießt noch nicht? Ja, der hat nach unten geschossen. Ich mache eine Flash. Ich habe ihn. Hast du ihn? Ja. Mit der Nähe, ja. Da war echt einer drin. Krass. Krass, oder? Krass. Wir haben sogar ein Auto for free. Stell da sofort safe. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin Bausch. Pass auf, die rechts oben könnten uns immer noch pushen wollen. Das war nämlich nicht das Team jetzt. Brauchtest du jetzt noch vierfach, Brudel? Ja. Nimm ich das nochmal mit. Danke. Wir hatten hinter uns Shots von, äh, Rot. Ich brenne. Die haben mich angezündet. Hinter uns. Ich bin, komm, wieder Marsch. Ja. Headshot. Knock, 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 knock. Der Typ bei dir. Noch einer pusht hier ran. Hier ran. Low HP. Low HP. Er ist offen zu dir. Genau hier. Oben? Ja. Ja. Vielleicht schon im Haus drin. Nee, der ist down. Wir können Franzi direkt wiederholen. Oh ja. Mach mal. Nee, der ist hier. Rät noch. Ich verstehe gar nichts mehr. Sorry. Ich verstehe auch nichts. Hä? Absolut keine Ahnung. Hä? Es ist alles weird. Alle tot. Alle tot. Alle tot. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Wir haben hier direkt ein Comeback-Dings für sie. Ja, ja. Das ist das Gute. Aber sie kommt dir nicht mehr her, ne? Nee. Also wir können mal ein Lütchen nehmen. Da ist auch ein Scope-Fuddel drin. Ich bin gleich da. Ich hab die voll zerstört dran, ne? Verrat mal nix, Franzi. Können wir das mal festhalten? Was denn? Oh, lol. Nice. Voll zerstört. Was ist nice? Ja, seht ihr gleich. Was ist nice? Fuddel ist gleich da. Okay. Hat einer von denen Cheekpad? Was ist sie? Äh, Cheekpad. Äh, nein. Okay, schade. Hä, hier war doch auch ne Leiche. Wo ist die denn hin? Was ist das? Bin ich bescheu... Hä? Du bist bescheuert. Wir sind doch hier rein. Ich hab hier was mitgebracht. Und hier lag ne Leiche. Ein Panzer. Ja. Ein Bödem. Ich bin komplett... Also jetzt... Ah, nee, das war das Haus. Lol. Oh, oh. Ne, hier liegt die auch nicht. Es geht zu Ende. Es geht zu Ende. Ein Dreierhelm. Mit einem Leben. Ist hier noch irgendwo Fünfer, Muni? Ja, eine Leiche, aber wir müssen los jetzt. Hier drüben. Oh, wo sind die Leichen? Hier, hier. Wir haben nicht viel Zeit. Ich hab hier. Ich hab hier. Wir müssen gehen. Du, dass du Zeit hast, ist mir klar. Das Looten findest du immer deine Zeit. Ja. Also hier auf grün war eben Full Team. Okay. Oh, oh. Nächste Ohr, man kriegt das dann. Da sind alle Macher. Ob man auf dem Markt war, auch ein Team. Ja, ja, ja. Wir gehen das mal hier hin. Voll der hässliche Panzer. Der ist ja gar nicht rosa. Ja, das musst du machen. Panzi, du kannst vielleicht bei uns landen zum Looten in deinem Haus. Ja. Einer muss im Panzer bleiben. Wer will im Panzer bleiben? Du? Äh. Ne. Einer muss, einer muss wirklich. Damit keiner einsteigt? Ja, ja, aber wenn der Panzer weg ist, sind wir am Arsch. Die Zone geht nämlich gleich. Oh, oh. Wir sind nicht am Arsch. Franzi, komm zu uns. Ich komm zu euch. Oh, oh. Wir haben die Zone. Hier ist ein Zweierhelm oben, Franzi. Oh, oh. Clebinara, danke sehr. Zwei Jahre, Alter. Hier ist eine Scar. Hier ist aber eine Bachiller mit ganz viel Muni im Gehüber. Finde ich super cool von dir, weil ich mag Saps. Bei der Barilla liegt dann auch ein Retter. Ich mag Saps. Oh, oh, Franzi. Oh. Hallo. Hey, na. Hey, na. Schön, dass du wieder... Ich steig jetzt aus. Hier oben liegt... Ich steig jetzt aus. Fischkorb? Ja. Hier liegt ein Achter für dich. Ich steig jetzt aus. Für dich sogar. Hab ich hingelegt, Franzi, oben. Geil, danke. Hier ist eine VSS auch. Soll ich dann in den Panzer gehen, Fischi? Wenn du... Ich hab irgendwie das Gefühl, du... Habt ihr hier oben zur Barilla auch ein bisschen Healing gelegt? Ja, ich... Er hat das fängt, aber... Ach, DG. Geh mal, geh mal, geh mal raus. Geh rein ins Haus. Wir werden dann beobachtet. Geh weg, pass auf. Hinter dir. Hat von euch auch jemand hier für Franzi? Hier. Auf meinen Marker. Wir werden beobachtet. Seh ich nicht. Hat zwei Hits. Hier ist auch noch ein Red Dot, Franzi. Danke. Hattest du den Helm gefunden? Ich hab ein Red Dot, ich hab ein Red Dot, ich hab ein Red Dot. Hattest du den Helm gefunden? Hab ich auch, ja. Alter. Wo steht denn der da? Zwei Mann sind das. Ich hab keine Weste. Ich brauch eine neue Weste. Hier unten ist noch ein bisschen Heal. Eine Weste hab ich hier auch nicht gesehen. Weste war zweier Weste dann. Meine Weste hat zwei Leben. Smoke mal nicht mal nochmal so vor uns, okay? Weil das nimmt uns die Sicht hier. Ja, ich kam noch nicht. Ich hatte Angst, dass die nicht reinkommen, wenn ich da nicht... Das ist mir okay. Die Smoke war das wer von euch, oder? Wir sind mitten in der Zone, ne? Klasse. Mitten in der Zone. Like... Alle müssen zu uns. Like ass. Osten waren Leute, ne? Da war ein Schlüssel. Da bei grün läuft einer. Hat Hit. Leider zu spät gesehen. War das auch Smoke? Nee. Dann geht jemand zum Job gerade. Ja, die müssen halt herkommen, ne? Von links haben die gesmoked. Die wollen zum Job. Ich hab ne Blue Zone 8 gemacht. Der wird das nicht machen können. Pass auf. Du kannst eigentlich nicht draußen stehen. Hier ist noch einer. Ohne Scheiß. Was ist mit dem auf grün? Der hat gesmoked. Ja, der smoked sich. Die sind halt nicht mehr safe da. Hier steht einer. Hat Hit. Schade. Hier an der Kante. Hier am Baum. Gelb. 85. 84 leider. Die werden jetzt kaum... Ja, ja. Hängen da an der Mauer. Shit. Die wollen jetzt gleich los. Wir sind in der Smoke quasi. Nates. Keiner Low HP. Komm jetzt raus. Oh mein Gott, Digi. Du tust mir so leid. Schön. Dankeschön. Ich, du grüderst alle. Da sind nur noch zwei Gegner. Der ist am Stein da. Vor mir am Stein. Zwei Mann. Wo sind die? Am Stein. Einen hab ich. An welchem? Wo? Oh! Oh, das war's schon. Gigi. Gigi. Hätten wir den Panzer nicht gehabt. Weiß Fischi, dass er die ganze restlich halbe Stunde gemutet war? Oder war das... Oh Mann, ihr Arschlöcher. Nie antwortet ihr mir. Das ist dein Ernst. Das ist echt dein Ernst. Die reden auch einfach nicht mehr mit mir. Da was mit Grün. Was ist da? Hier ist auch noch einer. Keiner antwortet. Ihr seid echt Arschlöcher. Also wirklich. Meine Fresse. Wie sieht's aus? Naja, immerhin. Boop, boop. Tschüss, YouTubes. Tschüss, YouTubes.